Direkt nachdem ich meinen Antrag auf Asyl eingereicht habe, wurden mir die Unterlagen für das freiwillige Rückkehrprogramm in die Hand gedrückt. Warum ich fliehen musste, hat niemanden wirklich interessiert. Als unser Asylantrag abgelehnt wurde, war das ein Schock. Die Ausländerbehörde hat uns gedrängt, möglichst schnell auszureisen. Dass wir gegen den Ablehnungsbescheid hätten Einspruch erheben können, wussten wir nicht. Und auch nicht, dass wir damit gute Chancen gehabt hätten. Unsere Angst vor einer gewaltvollen Abschiebung in der Nacht war groß, vor allem wegen unserer kleinen Tochter. Deswegen haben wir uns entschieden, lieber zu gehen. Ich habe mich über Jahre bemüht, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Oder einen Platz in einem Deutschkurs. Immer vergeblich. Die Welt wurde jeden Tag düsterer. Ich war zum Schluss total erschöpft und konnte kaum mehr klar denken. Wenn du so isoliert bist, die Sprache nicht kennst und rassistisch beleidigt wirst, da willst du nur noch weg und stimmst zu. Das fühlt sich an wie eine Abschiebung, nur ohne, dass man offiziell gezwungen wurde. Als ich hier ankam, wusste ich sofort, das war ein Fehler. Meine Eltern sind aus diesem Land geflohen, bevor ich geboren wurde. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier und kenne niemanden. Damit ich einwillige, wurde mir Hilfe bei der Existenzgründung versprochen. Vor der Abreise bekam ich etwas Geld. Das war schnell aufgebraucht. Von den weiteren Versprechen des Rückkehr- und Reintegrationsprogramms wurden viele nicht eingehalten. Auf Anraten des Reintegrationsprogramms habe ich einen Friseursalon aufgemacht. Es gibt aber schon genug Friseure in der Stadt und die Leute sind sehr arm. Ich kann oft nicht mal die Miete für den Laden aufbringen. Wir trauen uns nicht aus dem Haus. Die Gruppe, wegen deren Todesdrohungen wir fliehen mussten, ist ja nicht verschwunden. Und es gibt keine Sicherheitsbehörden, die uns und unsere Kinder schützen. Über spozeln. Die Gruppe, wegen der pinneden. Fünfte, wegen der Miete und Koh- und Koffi- und Koffi. Die Gäste über Menschen haben sie zu fliegen. Die Gäste überleges.